Derzeit sind es wohl vier Aufstiegskandidaten, die zu nennen sind in der Sky-Go Ersten Liga. Die drei Vertreter hier im Studio und dazu der TSV Hartberg. Aber einer davon wird es klarerweise dann nicht schaffen, wird in der zweithöchsten Spielklasse, die dann wohl Zweite Liga, so hört man heißen, wird bleiben. Wie attraktiv ist denn diese Zweite Liga? Das fragen sich nicht nur viele Fans oder wird sie sein, sondern das fragen sich wohl auch wir alle ein wenig. Was meinen Sie, Roman? Naja, so ganz intensiv habe ich mich mit den Themen beschäftigt, aber wenn ich mir das anschaue, wenn ich den Glauben schenken darf, was man so hört, dass die Berichterstattung jetzt von Sky jetzt in erster Linie in diesem Ausmaß nicht mehr stattfinden wird. Gibt es auch andere Kandidaten, die das möglicherweise machen? Ich sage jetzt, das ist ja die Sky-Go Erste Liga jetzt noch und das ist großartig, das muss man ganz einfach sagen. Ich denke halt, dass das der Liga den Touch gibt, ganz einfach. Wir werden generell in dieser Liga nie die Stadien vollbekommen. Wir werden auch nicht von der Infrastruktur so dastehen, dass das wirklich, wie der Walter sagt, top ist. Aber wir haben ein äußerst professionelles Erscheinungsbild durch die Medienauftritte. Und mit dem verbunden auch die Chance für die Vereine, Sponsoren zu lukrieren. Das Ganze für Sponsoren, was eh schwierig genug in dieser Spielklasse ist, eben etwas interessanter zu machen für etwaige Sponsoren. Und gleichzeitig natürlich auch sind das Einnahmen durch den Verkauf der Übertragungsrechte. Und das sind, was ich jetzt weiß, für viele Clubs große Budgetposten. Also in Wiener Neustadt, was ich so mitkriege, ist es ganz einfach so, dass das ein großer Brocken ist, mit dem wirklich viel dann, ja, was halt so an Spielbetrieb anfällt, dann beglichen werden kann. Das fällt halt dann alles weg, wie fürchte ich. Und daher verliert das Ganze auch dann automatisch an großer Attraktivität, vielleicht noch gepaart mit ein paar anderen Punkten, die zu hinterfragen sind.